Nie vertröste den Freund mit den Worten, dass keine Zeit du hättest für ihn. Denn der Stunden des Tages sind viele, und deren rechte Gebrauch jenes kostbaren Gutes nötigt von dir die weise Verwendung desselben. Wahre die Pflichten der Freundschaft, neige wenn nötig dein Ohr zum Bedrängten, und meide den Vorwand dringlicher Alltagsgeschäfte, sich fliehend dem Freund zu entziehen. Untertitelung des ZDF, 2020